so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge und für mich auch heute der letzten folge meintest so was genau so wir nehmen jetzt erstmal hier den ersten drei latsch raus so das reicht erstmal halt ja und schweißen die jetzt unten in die centrifuge mit rein und wenn der ganze stuff durch ist dann haben wir definitiv erstmal mehr als genug hier unten also mehr als genug von dem 3,5 war das heißt die zentrifuge für die ganze weile lang nicht mehr laufen lassen und das ist auch genau der grund wesentlich die unten die anlage nicht hier anschließt weil wir gesagt ich will die halt kontrollieren können und wie sagt ihr soll nicht die ganze zeit ja einfach so blind mit laufen ich meine ganz ehrlich ich weiß nicht was ich mit dem ganzen zeug gemacht aber das gilt hier für viele sachen so ich brauche von den meisten zeug nicht so viel gerade hier von dem zink zum beispiel da will ich auch niemals so viel brauchen warum auch das meiste was ich brauche ist eisen da deswegen will ich mich sowieso aber überlegen ob wir dich dann irgendwann also wenn wir die dinge irgendwann mal fertig ja das heißt alles was denn sobald die dann relativ voll werden irgendwann ich meine jetzt die anlage aus weil wir haben erstmal genug aber wenn ich dann irgendwann hier wenn jeder zu wenig haben und dann hier einfach zu viel haben der werde ich dann auch anfangen hier einfach zeug wegzuwerfen so oder ufo an spawnen der politik blöd denn quasi die meine idee war gratis anspornen zu packen in so einer kiste aber dann kann sich das irgendwelche leute die frisch aus dem server kommen und bauen erstmal riesige skulpturen daraus so blöd ne ne ich weiß weg vielleicht vielleicht mache ich einen ausgewählten kreis von leuten die dann einen special ding sebums da haben dass ich dann eine kleine area erstelle wo ich den dork hinstelle wo das zeug reinkommt und die leute wo ich denke dass sie die ausgewählten sind die bekommen den zugriff auf diese area weil da können auch nur die auf den dorrit drauf zugreifen das eigentlich eine voll geile idee warum habe ich sowas noch nicht weil ich sowas bisher noch nicht brauche okay gut danke so genau wie wir jetzt beim tunnel weiter wir haben bohrer auf anschlag wir haben kart den baum eigentlich gar nicht wir haben über doch wir haben genug lichter hoffen und was ich nehme noch eine axt mit meine axt kann nicht schaden und wahrscheinlich auch noch ich ich nehme mal ein stack clean stone mit ich nehme mal zwei mit so gut dann let's go deswegen müssen wir auch immer noch fertig bauen so aber erstmal den tunnel fertig baut da können wir immer noch das rohr nachverlegen so das wird auch eine scheiße deswegen habe habe ich so viele rohre noch gehabt ne eben ich wollte hier noch weiter machen mit den rohren wobei ich jetzt immer nicht geguckt habe warum ich so viel von diesen schmiedeeisen und den bronze gemacht habe vielleicht hat das auch schon irgendjemand in die kommentare geschrieben oder so mal gucken ich weiß ob ich hier die fackeln lasse oder ob ich die irgendwann auch zu diesen meselampen umbaue aber ich meine der tunnel ist jetzt nicht so vorzeigemodell von daher würden die fackeln auch voll ausreichen naja muss man mal schauen die draußen trotzig anzuregnen nicht sicherlich fünster zu machen muss weil es anfängt reinzuregnen noch geht der regen schön gerade runter aber sobald er anfängt so runter zu gehen schwierig ich meine bei mir am fenster sind nicht direkt sachen die so empfindlich gegenwürgen sind aber trotzdem wäre es unschön selbst der boden hier ist gefließt da werden diese komischen kacheln so eine plaste dinger selbst die sind wasserfest jetzt hier drinnen könntest ein bad eröffnen gut ich meine so undicht wie alles ist sobald ihr wirklich eine decke an wasser drinne hast würde die überall rein laufen in allen ecken und kanten und überhaupt aber spritzwasser fest ist der bonn auf jeden fall oh man das dort hier aber gut da oben müssen wir dann gleich genau da die kurve dann müssen wir gleich da sein oder wir sind gleich da oh man eine kurve gestorben und das denn interessant so die frage ist lieber mal kurz ich würde erstmal um raus gehen und dann wie gesagt die sachen markieren wo ich denke dass das so lang geht ich weiß noch nicht wie ich mich hier runter bauen soll wo war das überhaupt da vorne was die frage ist auch ich habe hier gerade drei abgebaut habe ich nur noch zwei sein übrig okay also wir haben mich hier ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf das ist natürlich eine scheiße das heißt nämlich dass wir haben eine ungerade anzahl gut dann mache ich hier ein so ding weg ich dachte ich müsste jetzt der tunnel kommen so der dinge der dinge muss auf jeden fall weg warum kommt hier kein tunnel hier müsste doch jetzt eigentlich irgendwo hier oder sind wir noch gar nicht so weit mit dem bauen das kann natürlich sein so der kann mich hier dann auch weg oder kommt hier mich seit dessen der erde hin warum ganz einfach weil er nämlich hier einen see schlitz kommt also so eine guckscharte hier einer hier einer hier einer hier einer und hier einer der wachsprüche nur ungerade anzahl so dann muss ich erst mal wieder was denn da warst du für das gebäude das gebäude ist ja heftig lass mich hoch sowohl ist der eingang hier ist der eingang ja könnte echt sein dass wir nicht so weit sind obwohl doch bist du war doch oder ich war einfach mal was passiert war ja wir waren noch ein zu weit weg ernsthaft du willst doch verarschen gut dann immer jetzt mit den klinz daumen und können das nämlich jetzt denn hier mit reparieren die frage ist mache ich es ja ich glaube ich mache es so das heißt nach oben und immer eins wird da unten immer eins mehr das sieht gut aus müssen noch eins kommen ja aber schon wieder wunderschöne aussicht ist das nicht geil hast das cool ihr habt genau so sollte das sein das heißt ich mache dann hier um die fakten wieder hin und jetzt so würden wir einfach so lange bis wir irgendwann an unseren kleinen messen müssen Hilfe 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 das hat ja gut funktioniert das sieht gut aus Untertitelung des ZDF, 2020 haben wir auch kleider dabei nehmen wir haben gar keine kleider dabei gut da müssen wir also dann um mit gleiten ich verstehe bis heute nicht warum man beim bohren so viel sättigung verbraucht gut ich meine klar irgendwie macht sogar sinn weil eben dieser bohrer ruft einfach für jeden blog auf der dick auf oder dick after oder wie auch immer die funktion heißt das heißt der bohrer tut so wie als wenn wir die blöcke abbauen und wenn wir die blöcke abbauen verbrauchen wir damit energie spricht also diese sättigungs mod greift genau da rein dass wenn wir block abbauen dann sättigung verbrauchen und da diese diaborer genau diese funktion aufrufen warum sind wir bei target licht das war so gar nicht geplant gut dass wir auf jeden fall noch mal ein bisschen nacharbeiten ist natürlich jetzt hier oh hä gut ich glaube ich glaube ich war ein bisschen zu schnell ja das hier ist natürlich gut ich meine ja gut ein bisschen freiluftfahrt kann ja nicht schaden darum wird es auf jeden fall wieder höher dann müsste ich ja eigentlich auch hier decken ab machen ungefähr so und du auch weg das gleiche natürlich dann hier auch auf der anderen seite dann kann ich verklauen noch mal weg der ganze gute staff hier bleibt ja alles liegen ja halt jetzt überall erde holy shit weil hier scheint er so ein erdloch zu sein oder gute frage und wir sind voll immer kurz die erde hier ich will ganz kurz hier hier wieder flacher naja das ist wieder hier dieser bohrer ich verstehe das nicht guckt guckt euch das an was ist denn hier los alter ist eine richtige kackspur oh mein gott das witzige ist diese spur müsste jetzt auch eigentlich noch auf dem weg zu unserem haus sein weil ja dabei auch den bohrer überall benutzt und blöcke die sporn ja nicht das heißt die würde die würden jetzt wahrscheinlich alle bis auf ewigkeiten rum liegen ist natürlich sehr geil ja das verstehe ich aber diesen bohrer überhaupt der bohrer hat so viele komische sachen ich meine ist jetzt die frage wollen wir jetzt wirklich sagen ich meine hier sind doch keine bäume weil da hier auch noch mal erde ist und damit eine nicht tragende struktur dass wir das hier auch noch mal alles wegnehmen dann würde ich sogar das hier noch mal wegnehmen oder ist das denn einfach too much ich meine gut unser bohrer ist eh fast leer so es wird also eh nichts mehr weißt du was wir machen jetzt andersrum ich mache einfach aus dem ding eine tragende struktur das heißt wir kopieren das hier so easy und schon ist das eine tragende struktur so jetzt würde ich aber gerne mal wenn wir schon mal hier sind und wo will ich jetzt gerne mal tatsächlich mal den weg nach hause laufen ich hoffe das ist keine dumme idee es ist eine dumme idee auf jeden fall dann mal gucken ob tatsächlich die objekte überall noch rum liegen weil ich habe ja seitdem kein clear objekts mehr gemacht das heißt eigentlich bist du noch alles irgendwo rum liegen andererseits sehe ich hier aber nichts und wir haben hier überall mit dem bohrer gearbeitet das verstehe ich jetzt nicht eigentlich müsste überall solche sachen rum liegen na gut dann ja entweder die sachen doch irgendwann obwohl ich gesagt habe dass sachen eigentlich nicht die spawn glaube ich zumindest ja oder hier ist mir hier ist mal die band lang gelaufen und tatsächlich die sachen alle einfeinst ok das heißt wir müssen jetzt zuallererst mal die bohrer laden das wichtigste zuerst so und jetzt ach weißt du was die ganze sachen können wir direkt rein in den kreislauf packen so dann wird die anlage auch mal wieder ein bisschen aktiv ähhh lalalalala wobei es macht eigentlich nicht wirklich Sinn aber egal jetzt ist er drin jetzt bleibt er auch drin so da rein so gut was haben wir noch blätter kommt um die kiste das kommt nach oben das kommt keine ahnung glaube auch nach oben das kommt auch nach oben das kommt auch nach oben haben wir hier noch silbersand gut so sehr aufbauen müssen wir eigentlich gar nicht weil wir wieder voll toll ist noch lange nicht fertig 2160 und ja wieder 35 knochen dann wird ja wieder mit die knochen für was auch immer wie die verfahrer verwenden wollen keine ahnung so hätte ich mal folge oder was war dafür ewig alter um ein gott würde kommen wir schon mal das ding reinwerfen haben eine schöne akw erliebst würde ich von dieser welt ein backup anlegen und dann erst mal lieber die dinge hochjagen lassen ja keine ahnung was mit mir los ist aber geld und das ist halt geil so haben sich die dinge jetzt mal beruhigt ja ne siehst du die laufen immer noch auf voller leistung aber letztens haben sie doch guck mal ah ah ok das ist doch nicht immer voller leistung sondern wir brauchen voller leistung what the fuck what the fuck ja guck mal die dinge drosseln doch runter what the fuck aber guck mal wir brauchen doch gerade mal 100k eu kann es sein dass unsere batterien das system so durcheinander bringen weil die immer halt nachladen müssen dass dadurch dinge immer so ausgelastet sind obwohl die eigentlich gar nicht so ausgelastet wären sehr suspekt das ganze sehr suspekt das ganze so fast fertig ach ja siehst du wir wollten gucken wie die beiden hv batterien einbauen die sache ist wo wäre ein guter ort um die hv batterien hinzubauen weil es wäre zum einen schön wie die dinge relativ erreichbar wären das heißt hier zum beispiel wie sieht es da mit dem platz aus es sieht gut aus okay das klingt nach einem plan jetzt natürlich die frage die hv batterien die sind ja dann auch eine last vor allen dingen wenn wir darüber werkzeuge laden wobei wird werkzeuge laden überhaupt als last definiert fließt dabei den strom müsste man eigentlich muss man mal gucken wenn ich jetzt alles deaktiviert habe also nichts läuft da habe ich ja hier demand von null das heißt man müsste dann mal hier zwei werkzeuge reinpacken und gucken ob man dann tatsächlich ein strom hat also bedarf das wäre tatsächlich mal sehr interessant so die frage ist natürlich wie das ganze denn optisch aussieht wenn ich jetzt hier müsste ich die weite hier weg machen also nach innen verschieben als blind spots so wie wir hier blind spots haben hätten wir hier aber immer noch genug platz damit es mit der leiter nicht hässlich aussieht also es wäre möglich gut ich schon mal ganz kurz die hv batterien und ein paar hv kabel und vor allen dingen die spitzhacke die ist unten drin die müsste ja hier sein genau so das heißt hier kommt eine batterie rein hier kommt eine batterie rein und die beide kommen eins nach hinten versetzt ungefähr so das heißt hier müsste frei sein für das hv kabel wobei ich da noch nicht wobei ich da noch nicht genau weiß wo ich das langführe wobei doch ich glaube ich führe es einfach hier oben lang ja das macht voll sinn genau da kann ich hier oben und dann hier oben als steigleiter ungefähr so kann ich jetzt hier drauf aha hat kein netzwerk warum hat kein netzwerk ach ja weil es ja noch gar nicht angeschlossen ist ich folge der punkt gut hier ist natürlich ein bisschen gut muss ich hier nochmal aufmachen jetzt hat es netzwerk so und schon müssen die dinge auch sich langsam aufladen beziehungsweise jetzt genau jetzt kann sie sich gar nicht gerade nicht aufladen weil die dinge ja den gesamten strom brauchen aber mit der zeit müssen die dinge langsam langsam mehr werden aber geil jetzt kommst du da und daran und schon müsste dinge auch von vorne wieder gut aussehen ja ist doch cool und wir können jetzt sogar hier die andere noch ein bisschen verbreitern doch wenn wir hier zum beispiel noch zwei schleifmaschinen weil und die dinge ja hier ja chronisch überlastet sind und dann halt gar nicht aber doch jetzt wenn die sich mal wieder ein bisschen beruhigen und ab und zu mal wieder ein bisschen weniger strom gezogen wird dann vielleicht könnte die batterie mal bisschen strom bekommen aber jetzt jetzt müssen die batterien strom haben alter wie schnell das geht holy shit ja moin als sehr cool jetzt haben wir hier tatsächlich richtig power ja genau vier stück genau so viele wir brauchen ist das genial ich fress mein besen so perfekt jetzt haben sie 120 ja eigentlich müssen wir noch ganz viele batterien bauen und für die zentrifugen aber naja ob habe ich da bock drauf ich meine das ganz 35 zentrifugen alle 34 genau 4 30 zentrifugen werden das das heißt bräuchten 68 batterien habe ich da bock drauf ich weiß ja nicht gut auf jeden fall hier schon mal fertig dann hallo so packen wir die erstmal weg haben wir noch was ja alles weg alles weg so dann haben wir hier unsere beiden schicken bohrer ich packe mal lieber so hier mal gut dann ein fackel mehr super so nach da so sehr geil ich würde mal sagen dass man sich aber jetzt nicht wirklich noch mal wie beim tunnel anzufangen das heißt ich mache das an der stelle einfach für die folge feierabend und dann nehmen wir uns zur nächsten auf folge dann wieder mal gucken mal gucken wenn ich den aufnehme auch wenn ich mir heute so als schon mal beschlossen sache aber es ist schon 18 uhr bei mir also acht folgen ist ja cool aber wir haben echt viel geschafft in den acht folgen die dinger sind umgebaut alles ist ordentlich beleuchtet wir haben sogar ein bisschen tunnel gebaut was geht und wir haben alle sachen die wir brauchen für das dritte akw ist das nicht genial ich meine ist das nicht genial die machen wir auch noch zu woher sieht es endlich aus alles zu hier eigentlich wirst du hier da unten auch noch eine tür einbauen eigentlich ja okay dann soll es das auch gewesen sein und wir sehen uns dann tatsächlich zur nächsten folge wieder bis dann